Silas fragt, warum soll ich Leergut sortieren? Ich bin Susann und das ist eine Minute Bier. So kommen die Leergutkisten aus dem Getränkehandel bei uns an. Aber Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Solche Flaschen können wir hier nicht verarbeiten. Die müssen von unserem Personal händisch aussortiert werden und an den Abfüller zurückgeschickt werden. Das sind hohe Transportkosten und Personalkosten. Und solche Individualflaschen sind zwar hübsch, aber die landen direkt im Müll. Und das hat nichts mit Mehrweg zu tun. Was wir brauchen, sind Flaschen aus unserem Sortiment 03 und 05. Das ist dann Mehrweg, denn die können wir bis zu 50 Mal wiederverwenden. Und wenn ihr schön sortiert, freuen sich auch meine Kollegen aus der Flaschenabfüllung. Wenn ihr dann fleißig das Leergut sortiert habt, gönnt ihr euch zur Belohnung einfach ein frisches Distelhäuser. Das war eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser. zero. Das war ein. Ich bin fast ein,